Huch! Ein Keller, weißt du? Mit ganz viel Spaß, Spannung und ohne Schokolade. Ich hätte gern die Herzen. Und das Geld. Wo geht's denn hier durch? Ich bin hier so ein bisschen eingesperrt. Das muss doch gar nicht sein. Ich stecke hier wirklich ein bisschen fest gerade. Ähm. Ich habe mich hier voll festgepackt. Du Scheiße. Ah, okay. Ich kann die Staubhaufen aufsachen. Aha, raffiniert. Ich habe einen Staubzucker dazu, etwas zu überbrauchen ist. Der Wahnsinn. Oh Mann. Geh weg. Ich muss hier saugen. Hallo? Das muss ich dir vorstellen, weißt du? Willst du einfach nur deine Wohnung saugen oder sowas? Und dann ist plötzlich da irgend so ein Geist so. Hey, listener, hey! Prokasteln hier noch ein bisschen mit meiner Anwesenheit. So. Okay. Hallo? Ich fähre den Schlüssel. Dann können wir immer noch das Buhu-Ding jagen. Für die Tür dahinten. Ah ja. Also für auf dem Dach bauen. Hui, ein Goldbaum. Mein Herz sag ich auch nicht nein. Kalate, ich bin Buhsli. Ah ja. Alle verschwinden so allein. Komm, wir können nicht auf der Decke laufen. Aber warum? Warum will ich das? Nein. Ich meine ja nur. Welchen Sinn hat das jetzt hier? Ich kann natürlich an der... ...Blocke hier bimmeln oder so. Aber eigentlich... Oh. War schon. Vielleicht damit man dann die Trophäen da besser erwischen kann oder so. Keine Ahnung. Frag mich. So. Irgendwo hier ist doch der Buhu hingeflogen, oder? Haben wir da Türen, die wir öffnen können? Nee. Nur die geradeaus. Und da kommen wir halt ohne Sonne nicht weiter. Und hier ist halt wieder so ne... So ne Dorn-Tür, wo wir halt nicht durchkommen. Weiße Handschuhe. Ein süßer kleiner Schnurrbart. Italienisches Schuhwerk. Wie bist du aus diesem Gemälde? Hä? Moment mal. Deine Klammern sind ja grün. Verstehe. Du musst doch richtig sein. Nicht schlecht. Für einen Moment hast du mich ganz schön... ...vergakeiert. Mario. Was? Du möchtest, dass ich Mario freilasse? Alles klar. Nie und immer. Ich werde doch niemand das Schmuckstück meiner Sammlung hergeben. Mario bleibt genau da, wo er jetzt ist. Hey! Was hast du denn da? Wohl ein Schreckweg 0816, hä? Du lieber Schreck. Was lohnt, Buhus? Gute Idee, Leute. Alle hier anwesenden Buhus. Sammelt eure Kräfte. Den posten wir um. Ein tiefer Buhu-Atemzug. Und weg mit dir. Ja. Okay. Muss ich weniger zurücklaufen. Ich könnte speichern. So. Oh Gott, oh Gott. Hatte ich eine Angst beim Stromausfall. Ein Glück, dass es wieder hell ist. Ja. Das kann man laut sagen. Welch Glück. So. Du, du, du. Du, du, du. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Wir müssen ja jetzt erstmal wieder hochkraxeln. Durch den Telefonraum. Wir haben das auch nichts zu tun, ne? Hier wird es wieder dunkel, unschönerweise. Hey, dass wenn man zu schnell geht, weißt du, man Fledermaus einsammelt, dann erwischen die an manchmal einfach. So. So richtig hier, ne? Ja. Mario! Mario hier, Mario da, 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 da. So. Hm. Hier können wir bestimmt auch noch ein paar Geister oder sowas rauslubsen aus dem Versteck hier. Den Raum hier irgendwie erhellen. Okay. Das Bild ist auch toll. Da sind wieder die Knochendinger. So. Na, Luigi nicht hinfallen. Oh, eins. Okay. So. Davon gibt es hier bestimmt auch noch mehr in den Kisten hier, die irgendwo kommen standen, oder? Ein Herz. Du musst mal hin, da, mit rein. Hier hat bestimmt noch so ein Knochendinger drin. Und irgendwo bestimmt noch einer. Oder auch nicht. Okay. Aber wir haben hier einen Buhu. Wer hätte das gedacht? Geld. Ganz viel Geld. So. Aber wo? Da haben wir nur ein Ding ans. Hier hat der Tischdecker. Sieht gut aus. Herr Boomerang kommt zu dir. Mit 300 Lebenspunkten. Geisterlebenspunkten. Geisterlebenspunkten. Oh, hau doch nicht ab. Das wollen wir. Uh, wow. Okay. Und da ist er wieder hier. Ein Telefonzimmer. Ein Zimmer nur für Telefone. Okay, jetzt ist er noch ein paar Zimmer. So ganz saghaft. Ganz vorsichtig die Tür öffnen. Man weiß ja nicht, was dahinter ist. Buh! Okay. So. 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 Dann komm noch her. Jetzt ist er wieder im Alts. Hm. Hm. Oh, komm. Jetzt ist er hier verschwunden. Mal wieder. So zur Abwechslung. Jetzt ist er da. Wo wir nicht reinkommen. Du Saal. Mal gucken wir mal, was wir hier tun können. Um die Zinnsoldaten hier zu. Einzusammeln. Quietsch, quietsch. Hey, starr mir nicht so an. Der Schlüssel. Der Schlüssel. Okay. Kann ich den Schlüssel aufsaugen. So dran drehen, dass ich euch aufziehen kann. Mario! Hm. Sieht schlecht aus. Guck ich mal, ob ich aussehen kann. Ach guck mal, ob wir Musik aufspielen. Oh yeah. Hiya. 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 Jetzt können wir den Schlüssel drehen Einen haben wir Aber natürlich Die anderen von der Grundrotte hier Haben wir es dagegen Wir müssen die halt stückchenweise hier eliminieren Stückchenweise gehört hier alle mir Alle! Bis auf dieser Mini-Pizza Der muss ihn mir noch haben Okay Ein Herz? Sicher, sicher? Aua! Hallo, dreh dich! Danke! Er dreht gerade sein Staub zurück Also entweder man Z-Stick spinnt oder... Ich weiß auch nicht Okay Perlen hätte ich eigentlich gern So Hey Jaaa Sonst geht's euch gut, ne? Und die Perle verschwunden Nooo Okay Auf ein neues Nehmen wir dich hier Ich phil Und... ... Gleich ist es aber auf jeden Fall einer weniger. Wird auch zeigt. Zu dritt sind die halt schon ein bisschen garstig. Nein, der hat noch mit zwei Lebenspunkten nur so gelebt. Du Sau. Nimm halt dich. Ich bin halt auch ein bisschen nervig, damit ich die ganze Zeit auf mich schießen. So. Mehr zur Letzter. Geht. Puh, war ja noch ein bisschen anstrengend, ne? So, und irgendwo haben wir einen Geist, aber keine Kiste. Frag ich so ein Niveau. Ich weiß nicht, wo. Irgendwo. Oder? Jetzt. Ha! Letabu ist mein Name. Ach so. So ist das. Oh, bleib hier, bleib hier, bleib hier. Einfach mal hierbleiben. Aua. Versuch gar nicht zu entkommen. Okay, er ist entkommen. Bleib zu wohl, wo du wohnst. Mit ihren so vielen Lebenspunkten, ne? In dem Keller haben wir auch so viele. Ne. Da. Nur noch 54. Ne. Nein, hau doch nicht ab. Und da ist er mein. So. Sprecher, ganz wichtig.